Ja und willkommen, ich bin hier schon in die Höhle reingegangen, wir suchen hier immer noch den Weg zur neuen Zeffo Grabstätte Und, ja, Leute, was soll ich sagen? Aber wir haben jetzt ja diesmal hier Licht an, ne? Ich weiß noch, wo ich das erste Mal in der Höhle drinne war, da haben wir am Ende ja den Schalter gefunden Ne, ist glaube ich auch schon zehn Folgen her, das Ganze Hundertprozentig Ah, jetzt müssen wir uns ja hier irgendwie durchschlängeln Um zu diesem Grab, was ich auch noch nicht so richtig weiß, wo das sein soll Wieder hinzukommen, da war der Lichtscheiterin, übrigens Oh, da war dunkel jetzt hier So, jetzt kommen wir hier oben Und ich guck mal auf die Karte, wir müssen jetzt hier hinten überall lang und sowas Dann kommen wir hier rein und dann sind wir hier oben Okay Eieiei, wir müssen wirklich den ganzen Ich weiß ja nicht, ob ich hier einen beschissenen Weg gehe Ja, dachte ich mir schon was Ach ja, ach Gott, ey, ich erinnere mich Das war ja super, das Ganze Das hat ja echt viel Spaß gemacht, ey Oh Gott, ey Der ist schnell erledigt Mit der Gehirnte Das ist ja auch krass, dass man denn Wenn man da nochmal hinkommt, wirklich komplett Alles machen wir Zählte zurück, ich krieg der Wind Oh Nur du und ich Moin Boah War wirklich knapp, ey Der hätte fast geschossen, ey Der hätte ja fast uns jetzt ein bisschen hässlicher gemacht Oh, ich weiß noch, beim ersten Mal lief das aber nicht so cool Oh Ja, da hatte ich sowas öfters mal Ich dachte, ich schaff das noch Aber anscheinend nicht So, alle abbie Alle abbie Und drüber hier Das ist es Wow Das muss einer der Seffos sein Wir sind auf der richtigen Spur, was? Ja, ja, ist schon klar Weil es gibt ja hier nicht viele Wege Aber Das Ding da Da müssten wir jetzt ja hier so rüber Okay, wie kommen wir da rein denn, ey Da wird ja auch mal Ach du Scheiße, was ist denn hier los, ey Hm Okay Doch, doch, könnte er, aber Ich will nicht verlieren, weil ihr seid nämlich echt viele gewesen Ich bin jetzt so heilfroh, dass ich das so gut geschafft habe Irgendwie So, da könnten wir jetzt lang, um da rein zu kommen Aber da wollen wir ja nicht lang Jetzt wollen wir mehr die Eisbahn runterrutschen Ja, glaube ich zumindest Ob das so der richtige Weg ist, weil Da ist ja die Figur gewesen Achso, okay Da ging es hier runter Einmal rüber Okay Hier nochmal einmal hin Oh Und euch gefletscht So Moin Jungs Nein, nein Da unten Pass auf, sonst seid ihr die Nests Greift ihn an Schnell Dann zeuchte ich Verstärkung, um Ding zu erledigen Tschüss Ja, das läuft ja wenigstens So Aber wo geht das jetzt hin Er zeigt ja immer nur da hin Und ich wüsste jetzt nicht so richtig Eigentlich müsste ich nur geradeaus jetzt gehen Da rein Und dann müsste ich eigentlich da hinkommen Hoffe ich mal Ich würde gerne wissen, ob ich es jetzt gleich sehe Ich würde gerne wissen, ob ich es jetzt gleich sehe Ich sehe sie sehr vor die Figur Nicht da auf jeden Fall Okay, dann gehen wir hier erstmal rein Der Jedi ist hier Ich erschieße ihn Schieß auf ihn Oh, ah, okay Nur du und ich Aha, aha, aha So, da könnten wir da so ein bisschen lang Da kommen wir auf jeden Fall da oben hin Und da ist auf jeden Fall Ich probiere es gleich mal Aber wir könnten hier vorne auch nach oben fahren Okay, hier vorne ist ein Fahrstuhl gewesen Da müssten wir erstmal jetzt wirklich nach oben fahren Nee, das ist kein Kong-Anschluss Den können wir nicht benutzen Aber da wird es ja oben keiner Da wird ja keiner sein Achso, okay Kein Machtbegabter sein Auf jeden Fall nicht Glaube ich nicht Weil soll der in der Ruine die ganze Zeit schlafen Oh, und ich war erkannt Kommt hier noch mehr? Nee So, überlegen Wo lang, wo lang, wo lang So, gerade zu Okay, sieht nicht freundlich aus Ja, aber hier kommen wir ja jetzt nicht hin Aber wenn wir hier runterfallen Auf jeden Fall da Okay Ich bin wirklich spannend Was wir vielleicht jetzt hier noch Oh nein Ich komm mir nicht durch Okay, alles klar Weiß ich Bescheid Leistet uns unterstützt Ich werde auch alleine Ich kann nicht mehr kämpfen Okay Wir haben jetzt einen Fernkampf Das war lustig Das war echt lustig Die dachten echt Die können mich töten Aber ich bin doch ein Eine, eine Jedi So Hä? Ich bin mir ganz sicher Dass das hier Gerade Noch Begeber stand Okay Nichtsdestotrotz Wir müssten denn hier runter Und da haben wir denn Wege Das heißt Wir machen hier den Weg wieder hoch Aber wir können ja hier nicht durch Das heißt Wir müssten ja Hier irgendwie hin Nach hier hin Aber ich bin ja hier oben hin Wie kommen wir denn hier oben hin? Ach, mit Wandlaufmove, ne? Okay, erstmal zum Fahrstuhl zurück Wo war der Fahrstuhl? Ne, da nicht Hier Und der können wir mit Wandlaufmove irgendwie rechts weg Gut Da war der Fahrstuhl Die müssen wir hier so rein Moin Ich sehe dich, Jedi Widerstand ist zwecklos Der Sieg ist sicher Okay Oh Was ist das für ein Trick? Das ist ja richtig guter Trick, ey Das ist aber gerade so überlebt Ich habe wieder nicht gesehen Dass der irgendwas gemacht hat So Aber den haben wir schon mal weg Okay Jetzt sind wir hier drüber Drüben So und jetzt heißt es eigentlich nur links hoch Ne Spur vom Grab? Nein, und die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht Ja, auf jeden Fall Ich bleib konzentriert Pass auf ihn auf, Baby Pippi, Geißen Okay, wir suchen weiter Okay, geil Na, auf geht's erst Aber das Grab Wir kommen doch dahin jetzt, oder nicht? Wie können wir erstmal speichern? Das ist noch geiler Hier ist so ein Oh, Alter Ist das ein mega geiles Schiff, ey Meine Leck mich am Piep, piep Leck mich am Piep, piep So, wir ruhen erstmal aus Und speichern natürlich Dementsprechend auch Oh, ich bin froh, wenn wir angekommen sind Weil der Weg Ist mal ganz cool, ne? Man trainiert auch wieder ein bisschen das Ganze Drumherum Wie sieht das so aus? Aha So, wenn wir da runterspringen Dann ist da noch irgendwie was Ich erinnere mich hier Dass wir hier geschwommen sind Ich würde aber Ach ja Mit den ganz fetten Ja, daran erinnere ich mich leider auch Wir kamen nur die Kante hier hoch Auf jeden Fall will ich den Schalter drücken Wenn es da überhaupt einen gibt Moin Der freundliche Die alte Grinsebacke Nicht lustig Mir gefällt das So, jetzt sind wir da drauf Und jetzt müssten wir hier Auf jeden Fall irgendwo Ach hier, das Seil hoch Und da können wir irgendwas noch bestätigen Und dann ist das cool Ach, moin Ratten Oh, das ist aber ungut Okay Naja, weg damit Aber nervige kleine Rats So, und hier können wir irgendwas machen Er weiß man noch nicht Ah, hier Okay, das können wir hacken Das konnten wir früher nicht Kannst du mir helfen, BD? Oh, okay Ah, das brauchen wir, um da rüber zu kommen So No, da war man Knappe Action, muss ich sagen Ja, machen Das ist nämlich eine geile Exenz Ja, 100% Ah, auch eklig das Geräusch Der Schild eines Seppos Der vor Jahrtausenden Durch eine schreckliche Katastrophe Getötet wurde Okay Gott Haben wir gemeistert Super Geil Was hast du denn? Ach, wir hätten es mehrmals drücken können Ach, naja, aber wo wäre die Spannung gewesen, ne? Ist ja nun mal so So Und jetzt müssen wir irgendwie da versuchen, hochzukommen, wahrscheinlich Ja, irgendwie Ich weiß noch nicht wie Wieder hier so lang Okay Okay, okay, okay Und dann können wir da ran klettern, oder was? Ah, okay Jetzt sind wir hier schon mal oben Aber wo ist denn das Seppograb, jetzt, ne? Ich sehe es gar nicht mehr Dahinter, oder was? Sind die auch nicht so? Sucht, wo jeder Die beobachten uns Okay Ja, ich wollte schon sagen, ey Warte mal ein bisschen Und Schuss Gut Thema alledigt So, wir müssen da runter Und dann sind wir da drauf Ah, okay Oha Oh, das ist aber nicht sehr clever Oh, dann kommt schon wieder mal in Höhe Und Dankeschön So, dann können wir endlich auch Von da unten ran Aber ich bin Aha Alter, wo sind wir hier? Jetzt sind wir hier ja in diesen riesen Koloss Ah, ist geil gemacht, ne? Oh, nee Nein Ach, die kommen mir zu ein Blöde Mistviecher Oh, zu spät Bin hier manchmal Ich glaube, ich bin blöd Nein, haut ab Mistviecher Was habt ihr denn? Irgendwas Interessantes? Oh, nicht die Suchtruiden Suchtruide Mann, ey Hast du ja schon 10.000 Mal gemacht Besonders da fehlen noch 4 Wesen hier auf diesem Planeten, ne? Unglaublich Unglaublich Einige Druiden sind in der Lage Die Funktion von Sonden zu hacken und zu kontrollieren Kann bewegt und als Waffe genutzt werden Der Unheilvolle imperiale Suchtruide ist eine vom Galaktischen Imperium entwickelte Erkundungs- und Aufklärungseinheit Der leichte gepatzerte Druide fügt über 6 Manipulatorarme sowie mehrere ausfahrbare Sensorarme für das Sammeln von Proben Zu den hochauflösenden Empfängern und Sensoren am zentralen Gehirnkern Zehen Bewegung, Akustik, Schall- und Seismische Sensoren Eine Strahlungsanzeige, ein Magnetbildprozessor und eine Holokamera Er verfügt Oh Alter, wie steht denn da? Er verfügt über einen Atmosphärensensor und einen Repuls-Orlift-Generator Durch den er nahezu jedes Taran passieren kann Seine Hauptaufgabe ist neben der Aufklärung die Überwachung potenzieller Gefahren für das Imperium Hierzu zählen Aufständische, ebenso wie Flüchtige und Spezialziele Wir sind jetzt also ein Spezialziel So Ich weiß nicht, ich will da oben hin Aber wird mir nicht angezeigt, da können wir auf jeden Fall irgendwas machen Ausfallschritt 1 Und Ausfallschritt 2 Gut, nochmal eh mal Ist das jetzt der wieder? Aber das ist doch wieder so eine Machtdezenz, oder? Yeah Ja Ja Der Commander starb durch ein Lichtschwert Ja, ich merk's auch Geil Ein toter Klon, der allerdings nicht durch den Absturz starb Er scheint von einem Lichtschwert getötet worden sein Oh, das wird ja jetzt so interessant Ei, 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 ei Oh, und rüber hier Ich scheint doch gar nicht los zu sein Ne, da könnten wir wieder zurück, denk ich mal Guck hier erstmal, guck hier erstmal, guck hier erstmal, okay So, da müssen wir rein Geil Muss kommen Wollen wir was machen Lass uns es tun Hier ist ja gar nicht Spaß, ne? Achso, okay Hier passiert auch nichts Oh Mist, Alter Nein, die müssen ja mal eine Wartung, auf jeden Fall Ist ja mal heftig, was hier immer passiert Auf jeden Fall Ich habe es schon vorhin gespürt, es ist so ein Gefühl, tief unten im Bauch Jetzt hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht Aber jetzt wird es stärker Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir Ach, du Scheiße Das heißt nichts Gutes Ne, allerdings nicht Irgendwas ist doch hier richtig im Busch Ah, jetzt sind wir da Okay, imperiale Ausgrabungsstätte Jo Da können wir auf jeden Fall speichern Papp Punktlandung auf den Speicher Plöp So, gut Gespeichert ist Zu Glück dauert er doch auch nicht so lange, ne? So, wir hacken den Timer Okay, cool So, den können wir nicht Ja, geht ja dann nur runter Vielen Dank, BD Ja, ohne den werden wir total aufgeschmissen, ne? Die ganzen Wege, die wir machen müssen So, dann könntest du den cracken Aber wir müssen dann erstmal, glaube ich, da runter Weil mehr geht ja noch nicht Ne Das geht nur erstmal hier runter Hier mal gleich Ja, sehe ich auch so Ich finde cool, dass die quatschen Ich finde aber auch cool, dass die immer nicht viel quatschen, ne? Hey, habt ihr das gesehen? Oh man ey, das wird lustig jetzt, ne? Systeme, fein aus Ach, der ist nämlich ätzend Oh ja, minderwertiger Boah Ah, ich wollte ausweichen Nein, nein, nein Aua, aua, aua Alter Ausweichendes Verhalten erkannt Ah, tschüssi, Kowski, alter Einer weniger Ha, 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 ha Oh Ich habe sie Okay Gut, ging ja doch noch ganz recht, äh Okay, muss ich sagen So, Pipi, können wir hier irgendwas machen? Oh, was können wir hier bauen? Upgrade, Bescheid Bereit für eine Seilrutsche? Wieso? Was können wir machen jetzt? Mit dem Motor müssen wir es gehen Wie ist das denn? Wird immer größer, oder was? Heftiger kleiner Typ, ey So Motorisierte Seilrutsche Nutze Seilrutschen in beide Richtungen Leertasten Ah Jetzt können wir auch aufwärts Geile Kacke Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an Bleib gespannt, wir können aufwärts rutschen Yeah Pipipip ist einfach ohne den Wir haben er aufgeschmissen, ne? Und Er ist ein Ganz, ganz Wichtiger Teil unserer Mission Also bis zum nächsten Mal Ciao Os Und Ich